I'm Janergy, got a lot of energy Freunde, bevor dieses Video startet, ich bin gerade in Portugal, Leute, und mache Urlaub. Deswegen kamen so wenig die letzten Tage, aber heute kommt eine geile Twitch-Girl-Folge, weil der heutige Song für Amar ist so krass geworden, dass wir sogar mit diesem Song mit Ratá im Studio waren und dieses Song neu recordet haben und heute vielleicht sogar auf Spotify online kommen und ein Musikvideo auf Amars Kanal. Gönnt euch also erstmal, wie Amar und ich zu Kontakt gekommen sind, und zwar durch eine normale Twitch-Girl-Folge. Wann genau der Release sein wird und was genau passieren wird, werdet ihr auf meinem Instagram sehen, wo ich auch gerade bin und wo ich mich aufhalte, warum ich gerade in so einem komischen Raum bin. Alles unter Danergy unterstrich und ich würde sagen, gönnt euch diese legendäre Folge. Let's go. Ich würde gerne in einer Stunde für dich einen Song schreiben. Hast du Bock? Auch nur sechs Wörter? Du fragst mich jedes Mal nach sechs Wörtern. Ich habe keine sechs Wörter. Woher soll ich sechs Wörter nehmen? Jedes Mal, Bro, ich freue mich vom Herzen, wenn du einen Song für mich machst. Was soll ich dir sagen? Sag irgendwas. Okay, Chat, wir brauchen sechs Wörter. Schnell. Mein Wortschatz ist nicht so groß. Boah, das riecht hier gerade so nach Grill, ne? Stefano grillt gerade für uns, Chat. Viewing Party Boss. Ist das ein Wort? Nee, Viewing Party ist eins. Zwei Wörter? Viewing Party Boss? Mykonos? Ah, ist auch vielleicht ein Wort. Viewing Party Boss ist ein Wort. Mykonos? Rasenmäher. Was? Okay. Enten? Kartoffeln. Okay. Söhne? Luciano. Luciano. Hallöchen lame. Das war jetzt kein Wort. Süchtig. Süchtig wäre noch gut. Süchtig würde ich auch gerne drin haben. Okay. Ja, Mann. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es ganz toll. Bist du noch in der Stunde live? Ich glaube, ich werde heute so 70 Stunden live sein, Bo. Ähm. Nicht perfekt. Okay, Chat. Boah, ich habe voll gespuckt. Wir sind wieder back, Chat. Habt ihr Bock? Stühle in den Chat. Und die Wörter. Erst 70 Stunden live. Mit ihm. Machen jetzt 70 Stunden einen Song. Auf geht's. Wir brauchen jemanden. Den einzig wahren. Der Mann, der so viel Apfelschorle an einem Trinken kann Abend wie kein anderer. Oh mein Gott. Und gleichzeitig nach links und rechts gucken kann. Während er eine Challenge gewinnt. Es ist the one and only. Digga, Uwe, ich bin Oda Boy. Jumset. Ey, Jungs, ich bin aber nüchtern heute. Heute bin ich, ich schwöre es euch, ich bin so nüchtern. Ja, alles gut, Wurda. Ich schwöre. Du weißt, wir müssen auch mal Dings gehen, Digga, so. Mykonos oder so. Und dann machen wir Tornados. Den ganzen Abend. Ja, aber es gab ja auch einen Grund, warum ich nicht nüchtern war, Digga. Du hast ja bezahlt, deswegen war die, Digga, Jungs, Bar war super. Krallers, ich hab Jums Gehalt dreimal an diesen Abend gezahlt. Fünfmal, sechsmal. Digga, die Schuld ist mir immer noch ziemlich schwierig. Okay, weiter geht's, Chad. Wir haben die, wir brauchen einen Beat. Einer ist Drill, der andere so Rockgitarren mit Trapdrums. Aber gib dir einfach mal. Okay. Wir brauchen eigentlich Luciano ein bisschen. Ja, Drill, er hat ja gesagt. Der zweite ist Drill. Ah, der zweite ist Drill. Ja. Okay, der war so, war einer. Okay, wir gucken den zweiten. Hm. Brr, geil. Du lauf alles, der Metallica, den war die Best. We've lost some money in the best. Best. Life is the best, yeah. Will der kaputte Krüter. Der Beat ist geil, glaub ich, oder? Ja, den kann man picken. Der, die, die Drums waren nicht so strong gefühlt. Also der ballert nicht so, weißt du? Der Beat war allgemein nicht so laut. Okay, das kommt sowieso mit Mix. Okay, okay, okay. Da hast du recht, mein Freund. Ich würd sagen, schreib dir Drums oder bis gleich. Go, haus da rein. Paar Sätze, paar Wörter. Es ist wieder spät. Es ist wieder. Es ist wieder spät. Ich mach Rasenmäher. Was hat's damit auf sich? Ist ein Insider. Google mal Amar Rasenmäher. Okay, können wir mal gucken. Das hab ich gar nicht gecheckt, Digga. Hab ich noch nie gesehen. Komm, mach den Rasenmäher an. Wir sind in einem Wiedenband. Und dir nur wieder einfach verliebt. Ich mach den Rasenmäher an. Bo, 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 bo. Ich der Viewing Party Boss. Zieh dich direkt in meinem Bann. Amar, ich bin so verliebt. Ey, dein Aemon Valorant macht mich. Woo, yeah. Lass nach Mykonos. Der Viewing Party Boss. Paar Tornados zischen. Ah, Bacardi Shots. Deine Glatze glänzt so doll. Deine Söhne machen dich stolz. How can I be homophobe? Amar is gay. Was? How can I be homophobe? Hätte das... Wollen wir das reinmachen, Jack? Bo, bo, bo. Ich mach gleich so viele Popos rein und so. Amar in Game. Boah, das ist eigentlich cool. How can I be homophobe? Amar in Game. Es bleibt jeden Gegner, der einzige Streamer mit AIM. Fertig. I'm done, done, done. Yo, Amar, was geht ab? Hier ist der Nix. Es wurde endlich Zeit, dass ich... Okay, aber ich zieh mir erstmal kurz das Lied von Daynergy rein. Ich will mir das Lied von Daynergy reinziehen. Daynergy. Ist das ein Video? Nee, kann ja gar nicht mehr Video sein, oder? Oh, doch, das ist ein Video. Yo, Amar. Okay, warte, warte, warte. Der Energy hat einen Song für uns gemacht anscheinend. So wie ich das gerade ausgehört habe. Er hat mich nach sechs Wörtern gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, was die Wörter alle waren. Aber das Ding geht zweieinhalb Minuten. Ich bin mal gespannt, wie das ist und was für ein Beatdown sich für eine Hintergrund gegeben hat. Ich lasse jetzt einfach einmal unkommentiert durchlaufen. Volle Lautstärke. Abfahrt, Chat. Digga, in einer Stunde Arbeit kann ja nur scheiße mal rumkommen. Spaß. Abfahrt. Yo, Amar, was geht ab? Hier ist Danergy. Es wurde endlich Zeit, dass ich für dich einen Song schreibe. In einer Stunde. Nur für dich. Ich mach den Rasenmäher an. Du ziehst mich in deinem Bann. Amar, ich bin so verliebt. Ey, dein Aimen, Baloran. Bist am Hass in dir am Pennen. Amar, ich seh dich nur im TV. Inkonos, der Vuelen, Partyboss. Mit Patronado-Sition, yeah, Vakadi-Shots. Deine Katze glänzt so doll. Deine Söhne machen dich toll. Seine Usi glänzt in Gold. Oh, 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 oh. How can I be homophobic? Amar in game. Es lag die Bieter, der einzige Streamer mit AIM. Nach dem Rauchen bist du süchtig. Und die Ästen zeigen sich flüchtig. Deine Art ist nicht künstlich. Bitte sei mal vernünftig. Und, zeig mir deine Liebe, Bro. Auf Mikonos gibt es so viele, viele Haus. Du verlierst bei Teammates gegen Monte. Er könnte dein Vater sein oder dein Onkel. Ja, du hörst Usiano. Unversüchtig, was verrückt ist. Ich geb dir die Elite. Mach deinen Kopf wieder frisch. Mach deinen Kopf wieder frisch. Mein Kopf, mein Kopf, dein Kopf. Ich mach deinen. Rasenmäher an, ziehst mich in deinem Bann. Amar, ich bin so verliebt. Ey, dein Amen, Melo Ren. Du bist am Hass in ihrem Pen. Amar, ich seh dich im TV. Ich seh dich auf dem großen Screen. Du bist krank. Was hast denn du alles geschafft? Auf der Bank. Zu viel Cash, Money, alles da. Du bist ein Star, Baby. Nein, wirklich. Also, Bruder, ich bin stolz auf dich. Damals in der Shisha war, als ich dich gesehen habe. Du warst einfach da, ein normaler Boy. Und jetzt, guck dich an. Du bist crazy. Was du alles geschafft hast. Ein letztes Mal, die Welt. Let's go. Den Rasenmäher an, du ziehst mich in deinem Bann. Amar, ich bin so verliebt. Ey, dein Amen, Melo Ren. Bist am Hass in ihrem Pen. Amar, ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt. Bro, ich hoffe, der Song hat dir gefallen. In einer Stunde. Nur für dich, Squad. Digga. Was? Halsmaul. Das ist ein Halsmaul. Ehre, Mann. Ich brauch das in meiner Spotify-Playlist. Ich brauch das in meiner scheiß Spotify-Playlist. Wie heftig war das? Also, insgesamt heftig. Und dann in einer Stunde? Ich fass es nicht. Das ist jetzt mein Stream. Das sag ich dir jetzt so, wie es ist. Sowas habe ich mir mein Leben lang schon gewünscht. Genau sowas. Und es geht runter wie Butter. Das ist ja wunderschön. Das ist ja lyrisch ein Kunstwerk. Das ist mit den Ad-Libs. Mit allem. Das ist ja... Ich hab... Boah. Big Ws. Das ist ja... Boah. Nee, ich fass es gerade gar nicht. Ich fass es gerade. 0,0%. Das ist ja live. Das ist live. Ich mach das jetzt auf Boxen sogar an für mich. Ja. Ja, wie ihr das fühlt? Ein Prime Baby. Ein Prime Baby. Junge, was so eine krank Reaktion von dir. Dass du das so fühlst, Digga. Krank. Das ist ja geistesgestört. Denergy, ich sag dir ehrlich, Bro. Ich schreib dir direkt mal auf Insta. Holy shit. Dann hab ich noch dein WhatsApp. Okay, ich lese euch mal eine Nachricht vor. Ich lese euch jetzt eine Nachricht vor, die ich 2... Juni... Oh nein. Juni 2018 an Denergy geschrieben hab auf WhatsApp, okay? Moin Moin, Digi. Hat mich gefreut, euch Jungs gestern kennenzulernen. Bewondere jetzt schon dein Talent am Maik. Krankes Zeug, was du da zauberst. So. Pass. Und dann hat er mich getrunken. So. Und ab jetzt tonen wolle ich dich, Digga. Nein. Ich nehm den Song, pack den auf Spotify, verdien Millionen, Digga. Und dann Adi Viderci. Lass dich nochmal Copyright striken, Digga, weil du meinen Namen und mein Gesicht verwendet hast, Digga. Bildrechte sind nämlich nicht vorhanden. Oh mein Gott. Du zahlst normalerweise 100 bis 200k dafür. Viel Spaß in der Insolvenz, mein Freund. Mordsbantin. Ich glaub, wenn man da so ein kleines witziges Musikvideo macht, Digga, wo wir irgendwie performen oder so. Ich hab alles dafür da. Oder ein dritter Part von dir. Finde ich ne geile Idee. Finde ich ne sehr geile Idee. Lass uns ein Musikvideo machen. Und ich würde auch ein Part rappen, Digga. Hätte ich auch Bock drauf. Warum nicht?